Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt Eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox, da wird er weitergeleitet zum Mobile und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug noch zum Verkauf. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. So, wie es der Kollege gerade schon gesagt hat, zeige ich euch heute diesen wundervollen Audi S8. Die Ausstattungsliste lässt hier wirklich keine Wünsche offen. Wie gesagt, die findet ihr bei mobile.de. Ich gehe euch mal eine Runde rum hier und zeige euch alles. Also Pflegezustand für die Laufleistung wirklich wunderbar. Da habt ihr auch wenig Steinschläge vorne und sonst wirklich einen tollen Lackzustand. Und auch im Innenraum zieht sich das natürlich durch hier bei dem Fahrzeug. Also hier haben wir dieses Design Selection. Das heißt, wir haben hier die Türbereiche mit Alcantara bezogen. Auch den Dachhimmel mit Alcantara hier in diesem hellen Stoff. Der ist dann hier wiederfindet in den schönen braunen Sitzen. Hier haben wir auch wieder diese hellwegigen Akzente. Und einfach wirklich ein tolles Fahrzeug. Ich versuche das mal ein bisschen einzufangen jetzt hier, was der hier alles zu bieten hat. Das ist wirklich das große Besteck, das wir hier ausgepackt haben. Hier unten haben wir noch die Einstellung für den Sitz und auch die Massagefunktion hier mit, wie wir hier rüber regeln können. Rose Soundsystem. Also wirklich toll. Tolles Fahrzeug. Tolle Außenfarbe, dieses Daytona Grau hier. Sieht phänomenal aus und ist auch sehr sehr pflegefreundlich. Das heißt, Auto sieht immer recht sauber aus, auch wenn man das mal vielleicht eine Woche lang nicht geschafft hat zu waschen. Kofferraum ist wie man das gewohnt, ist natürlich riesig. Hier passt richtig was rein. Die Rückbank noch umlegen, um dann dort uns noch mal einen Riesenplatz hier zu verschaffen. Also hier passt richtig was rein. Und dann hier kann man dann wieder verriegeln, auch direkt, wenn wir einen Schlüssel dabei haben über die Keyless Funktion. Da kann man uns direkt vom Fahrzeug entfernen und ist direkt abgeschlossen. Die vierflütige Abgasanlage natürlich auch ein Hingocker beim S8. Genau. So. Ich zeige euch nochmal den Vorbereich hier drüben. Hier haben wir auch nochmal, wie gesagt, Pflegezustell ist im kompletten Fahrzeug. Wunderbar. Da gibt es gar nichts zu meckern. Hier hinten haben wir noch die vierzonen Klimasteuerung und die Sitzheizung für beide Seiten. Das habt ihr auch mit an Bord. Und die Akustikverglasung haben wir hier auch. Und ich habe jetzt gerade so frevelhaft zugeworfen, aber auch die Softlose haben wir wunderbar. Genau. Also wie gesagt, wir haben keine größeren Kratzerbollendellen am Fahrzeug, keine größeren Schäden. Vielleicht ein, zwei Kratzer findet er bestimmt. Und auch ein Steinschlag vorne bei 130.000 Kilometern ist das, denke ich, normal. Aber sonst einfach ein gut gepflegtes Auto, das hoffentlich einen neuen Besitzseiz findet. So, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren. Da ist unser Verkäuferteam dafür zuständig. Hintenrum haben wir die Werkstatt. Dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Wir drücken auf jeden Knopf. Es wird ausgiebig Probe gefahren. Und der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben. Und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel. Habt ihr natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns. Und ich danke fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.